Wieso ist der Licht? Brauch ich das Licht etwa? Ähm Hm, okay Oh Ach, nee, oder? Schnell aufheben Oh mein Gott, nee, oder? Mein Gott Wie viele kommen denn da bitte? Ich weiß nicht, wen ich überhaupt zuerst killen soll Oh, das war so klein Mann Ach, sind ja gar nicht viele Richtig einfach das killen Oh Gott Ich hatte doch aber noch eine Blendgranate Soll ich das etwa auch noch anschalten? Ja, warum geht die jetzt da hinten aus? Jetzt kommen sie doch sicher Oh Okay Genug Munition hätte ich ja eigentlich, aber Egal, ich muss jetzt hier rein So, nimm dir die Schubflinte Jetzt kommen sie, okay 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 Ich hau ab Was? Wieso schaltet der das ab? Ihr Mistviecher Komm noch Wow, wow, wow Mann Das ist doch nicht euer Ernst Komm, durch verkehren So Wenn wir jetzt nicht sterben, dann weiß ich auch nicht Was das? Bitte Oh mein Gott, ja Ja So ist fein So ist fein Okay Vielleicht soll ich das mal anmachen sollen Ist jetzt auch egal Ich nehme erstmal den Revolver Liegt hier noch irgendwo Muni oder Ne neue Waffe vielleicht Nein Okay Oh Thermosflasche Gib sie mir So Und der Nebel Ja super Na komm, wo sind denn die Gegner? Ach man Wo sind sie denn? Aber erstmal Ne Manuskriptseite Das ist doch schön Sarah misstrauert Nightingale Sarah vertraute ihrem Bauch Und der sagte ihr, dass Agent Nightingale ein Arschloch war Etwas an ihm stimmte nicht Und zwar nicht nur die Alkoholfahne Etwas daran, wie er mit der Marke wedelte Auf seinen Rang pochte An dem Blick, wenn er antworten wollte Wo war Alan Wake? Wie war das mit dem Unfall? Wo steckte seine Frau? Und vor allem Wieso hatte sie Wake gehen lassen? Ihre Fragen ignorierte er Bundesangelegenheit Sagte er nur Okay, Bundesangelegenheit Oh mein Gott Was? Oh, ein Zug Erstmal Kontrollpunkt Okay Und weiter geht's dann im nächsten Part Bis dahin Ciao, ciao Ciao, ciao